einen wunderschönen guten tag bei daka daka tv und heute es ist schönes wetter wir zocken draußen warum denn nicht ich bin beim landvogt hallo markus hallo ja wir haben die platte rausgestellt wir haben schirm über uns ist einfach so geil haben wir gedacht komm dann zocken wir draußen im garten ohne schirm ist schon zu warm und genau und markus ist das wohl das allereinzige bisher bisherige asbelica spiel was man bei youtube live gezeigt wird und draußen aufgenommen worden das gibt es noch nicht wir sind heute die ersten premiere genau ja ich habe meine allen hands mitgebracht die liste habe ich ja schon mal gespielt jetzt muss ich so weiter testen heute kommt ein guter test für die ich habe die ich habe ein bataillon dabei iron hands primaris librarian habe ich dabei mit macht der helden und psychische festungen dann habe ich dabei ein primaris tech marine das ist mein meister der schmiede und der hat den eisenstein dabei markus der primaris hat das weil es ein anderes datenblatt ist habe ich natürlich noch ein tech marine dabei bei asbelica dürfte man ja nur ein primaris tech marine spielen aber space marine ist ja immer zweit zur auswahl das ist hervorragend das ist mein warlord der hat den warlord trade adept des omnisire das heißt der heilt einen zusätzlichen das ist ganz cool weil er halt dann w3 plus 1 der andere halt 3 flat das ist eigentlich ganz geil ja sonst hat er nichts weiter bekommen dann habe ich dabei ich gehe kaum damit aus ohne aus dem haus zweimal fünf infiltrators schocken reduzieren und so oder schwerer machen ist halt ganz geil dann habe ich dabei fünf normal intercessors das war meine standard sektion dann habe ich dabei ein redemptor dreadnutt auch geil mit on-sword getlin knifften sturm boltern und pipapo dann vier servitoren die sind geil 30 punkte perfekt zum marker halten als billiker auf jeden fall ganz ganz nice dann habe ich dabei ein storm speeder speeder hell strike das ist der linke der hat so ein acht schuss eisenhagel geschützen acht schuss schwer normale on-sword getlin kennengeschützt und noch zwei fragment sturmgranatwerfer ist richtig dacker für 150 punkte wird übrigens günstiger markus im monitorium film manual haben sie schon angekündigt wir spielen jetzt hier vorher das ist ein bisschen zeitlicher verzug hier ihr kennt das aber es wird wird cool hammer strike habe ich ist der zweite das ist der mit dem zerstörer melder drei schuss multi melder sozusagen zwei crack storm granatwerfer und noch so ein raketenwerfer lümmel oben drauf mit mit 33 festen schaden dann habe ich dabei zu guter letzt fast nie im stich gelassen repulsor executioner der repulsor executioner mit heavy laser destroyer insgesamt 1500 punkte auf dem kopf ich starte mit 8 cp und jetzt gucken mal was der markus dabei hat so markus was hast du denn dabei ja ich spiele dark elder ein real raum plünderer detachment da ist natürlich der archon dabei als warlord mit jinn blade und treffern zu wiederholen hämmunculus ohne alles daran habe ich noch eine succubus auch als warlord mit diesem irgendwie rivalen gedönst dadurch kann ich auch warlord sein ach so die tolle tolerierte ambition und genau das mit der besonderen glebe mit plus drei attacken und gift 2 plus quasi achte das ist die triptikon peitsche genau okay und warlord trade dass sie beim treffen von sechs tödliche macht natürlich also spielst du die genauso wie ich okay ist einfach gut richtig dann habe ich zehn hecatrix blutbräute mit einmal hydra gauntlets einmal razoring flays und einmal schadnet und impaler dann fünf rex nackt fünf kabaliten krieger mit blaster bestimmen mit blaster genau neuen inkubi fünf mandrakes fünf mandrakes zehn helions drei river fünf scourges mit schreddern habe ich jetzt mal dabei jetzt war eine neue haywire ausprobiert hat hat mir nicht gefallen da das jetzt eine schwere waffe ist schwere war ja das ist blöd das stimmt fand ich nicht mehr so gut dann ein ravenger mit drei lanzen und reaper und zwei raider auch mit lanze und mit shane snares also plus drei attacken ist geil ne kann man so kann man so machen fahrzeug wird auf 6 attacken stärke 7 4 plus treffen ist gut ne ist auf jeden fall gut kann man so machen so wir suchen uns jetzt hier mal eine schöne ausstellungszone aus ein paar mission dann sehen wir uns gleich wieder so wir haben aufgebaut und der markus verließ erst mal die mission genau und zwar der rené hat mir die 1 gebannt aufstellungszone freihalten richtig hat selber gewählt aufstellungszone frei halten den home base marker die 15 die 15 und die 6 treiben mission stil halten ich habe dem rené die acht gebannt der game sachen erschießen habe gewählt auch die sechs also drei marker die 15 homers marker und die zehn habe ich gewählt bring down the beast ich müsste also eine fahrzeuge killen um das zu maxen schaffe ich wahrscheinlich nicht aber ich glaube dass die beste option für drei punkte ja dann gucken wir uns mal kurz noch die das gelände an wir haben hier ein krater dahinter und als krater und der rest sind ruinen das ist relativ einfach nur und ich glaube wir haben keine dies nicht ob es gehört die ist unter fünf zoll wahrscheinlich nicht unter könnten wir auch sagen die ob es mir egal ja gucken wir gleich noch mal marker sind bei aspellica wie immer aufgeteilt fünf stück auf dem spielfeld in der mitte haben wir ein und dann gehen wir mal durch du hast hier dein radar mit aaron und den inkubi und hermunkulose noch fünf kabalen krieger da unten drin genau dann ist hier der mit drei lanzen helions da vorne stehen die mandrakes am marker in dem radar sind die succubus und die blutbräute drei jetbikes der reaper und hier hinten sind die fünf rex die folterer die auch den homest mark der dieser genau und meine bei mir machen es die servitoren ja das muss man ja vom spiel dann sagen sobald man quasi das missionsziel auswählt muss man quasi schon bestimmen wer das macht bei mir machen es die servitoren ich habe hier die normalen intercessors aufgestellt hier die burg mit meins mit meinem repulsor dem redemptor den charakter modellen dahinter die zwei storm speeder auf einer flanke und die infiltratoren die haben sich so ein bisschen außerhalb der ausstellungszone hingestellt und zum schocken habe ich nichts ich habe die ich habe einmal infiltratoren im repulsor sitzen der markus schockt die skirches wie heißen die hapt hier hatten ja ist der hapt hinaus auf deutsch jetzt und ja dann sind wir eigentlich fertig dann wir möchten beide den ersten zug haben haben wir schon festgestellt das richtig eine drei gegen eine 4 ich zeig es nochmal ich darf anfangen ich muss anfangen es ist aber erst billiger Das ist richtig. Iron Hands zu 1. Die Iron Hands haben sich bewegt, die Intercessors sind ein bisschen rübergegangen, die Burg hat sich ein bisschen nach vorne bewegt, hier die beiden schweren Fahrzeuge, der Repulsor hat seinen Inhalt ausgeschmissen, die Infiltrator sind an den Marker gegangen und die anderen Infiltrator sind nach vorne gegangen und zack, die Stormspeeder sind wirklich nach vorne gefahren, weil die haben eine gute Schusslinie jetzt hier. Wir fangen aber an mit der Psi-Phase, weil ich habe nämlich eine, Markus, und ich möchte mir einen 5er Rettungswurf anmachen. Natürlich. Ja, Psi hast du ja nicht. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Es kommt, dann haben die Einheiten jetzt im 6-Zoll-Umkreis einen 5er Rettungswurf, das kann man ja mal so machen. Ja klar. Und der Redemptor kriegt einfach noch Macht der Helden, kommt mit einer 10. So, da sind wir schon beim Schießen angelangt. Ich habe hier ein Problem. Was heißt ein Problem? Ich sehe hier nichts. Also der Markus hat sich überall versteckt hinter den Ruinen. Das ist ja wirklich super bei den, mit seinen Fliegepanzern. Du stellst dich einfach hinter Obscuring auf, fliegst da drüber, ist dir total egal. Und das einzige so richtig, was da hinten schießen kann, sind meine Stormspeeder. Und das machen wir jetzt. So Markus. Ich nehme diesen Stormspeeder hier. Und schieße auf deine Mandrax. Wrax. Genau. Auf deine Wrax. Alles was ich habe. Ja. Und ich wähle erstmal meine Stärke 5 Waffe. Die Onsward Gatling. Einen darf ich wiederholen. Alles getroffen. Bitte? Eine Sonderregel von denen? Ja, Iron Hands. Genau. Das ist ja die Superdoktrin in der ersten Runde. Die Wasserdoktrin. Auf die 3, weil ich habe Stärke 5. Das sind 6 Wunden mit minus 2 Markus. Warte, 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 warte. Ich bin ja Dingens. Bist du Dingens? Profits of the Flash? Absolut richtig. Ah, dann verwund ich dich noch auf die 4, ne? Ja. Ja, dann sind es 4 Wunden. Minus? Minus 2. Könnte sein, dass du vielleicht nichts dagegen hast. Außer 4 No Pain, ne? Haben die nicht so... 6er Rettung. 6er Rettung. Mach durch Schmerz. Hast du auf jeden Fall. Ne. Warte mal 4 mal, ne? 4 mal. 6er Rettung. Oh, klar. Und 4 No Pain, ne? Richtig. Von 5 plus. War völlig egal. Das war jetzt ein bisschen blöd. Dann habe ich noch 8 Schuss Stärke 4. 6 Treffer. Auf die 4. Das sind nochmal 4 Wunden, Markus. Mhm. Ich habe sogar eine 5er Bugast. Hast du ein Minus? Minus 2 auch, ja. Okay. Weil sonst hätte ich nämlich eine 5er Hose im Gelände. Und dann habe ich noch die Fragment Sturm. Da müssen wir mal kurz messen. Müsst du mal bitte eben 18... Ne, das sehe ich schon. Das ist weiter als 18 Zoll. Ja. Ja. Ähm. Die hätten auch vorher nicht gepasst. Ist das okay, wenn ich einfach auf den Raider schieße, sag ich jetzt mal? Ja, ich schieße auf den Raider. Der muss eh weg. 2 bis 6 Schuss. 4 Stück. Trau ich aber wahr. Auf die 3. Auf die 5. Nix. Dann ist der weg. Aber da sind schon mal 3 Wracks weg. Hast du gut gerüstet, ne? Habe ich gut gerüstet. Ja, kann man nicht mehr. Ein bisschen gut gerettet. Weil das ist ja deine Einheit und dann könntest du das ganze Secondary nicht mehr machen. Das ist schon frech von dir. Das ist schon frech, ne? Dann schieße ich noch mit dem anderen Speeder. Da bin ich jetzt ein bisschen in der Bredouille. Weil ich bin in 12 Zoll zu dem. Das ist natürlich für meine Melterwaffen ziemlich geil. Aber ich glaube, wenn ich den versuche rauszunehmen, macht es mehr Sinn. Weil der schießt mehr zurück. Genau, richtig. Deswegen mache ich das auch. Der Storm Speeder schießt alles auf den Reaper. Dann gebe ich 1 CP aus. Habe ich dir das gedacht? Für schnelle Reflexe. Für die Blitzschnelle. Blitzschnelle Reflexe. Sehr Blitzschnell. Ja. So, dann fangen wir mal an mit dem Zerstörer-Melter. Alles. Das ist ja gar nicht, weil du so Probleme hast. Ja, ist klar. Stärke 8. Dreimal. Minus 4. Auf dein Nachtschild. Das ist natürlich extrem kacke. Ich weiß nicht, ob sich CP da lohnt. Du machst jetzt 3x6 Damage, ne? 3x6 Damage, ja. Doch, ich rette einen nach. Ne. Wiederholungswurf 1. 3x6. 16. Geht er hoch? Achso. Ne. Ne, die 3. Gut. Ja, dann sind die anderen Waffen verschwunden. Aber ist vollkommen egal. Ist nicht schlimm, ey. Das war jetzt ein guter Tausch. Das war richtig scheiße. Ich meine, der kostet... Wie viel kostet der? 170 auch? Ja, so in der Richtung. Der kostet auch 170. Also war es jetzt wahrscheinlich ein... War schon extrem gut jetzt für dich. War sehr gut für mich, genau. Ähm. Dann habe ich noch die Infiltratoren. Die können noch auf deinen Raider schießen, Markus. Mhm. Äh. Das sind 5 Schuss aber nur auf der Reichweite. Alle getroffen. Keine Wunde. Aber die 6 vom Trefferwurf, die vorwundet automatisch. Und ich habe da keinen Minus. Ja. Ein Lebenspunkt. Gut. Das war es auch. Wie gesagt, meine fette Firebase da hinten kann nicht schießen. Und äh... Das solltest du schaffen. Ich kann schon mal gucken. Ich habe meine Ausstellungszone freigehalten. Ich halte nur zwei Marker. Und ich mache... die Aktion da hinten. Das ist, äh... Punkte von meiner Runde. Markus hat den Morawet bestanden. Und dann bewegt er sich jetzt. Bis gleich. So. Die erste Runde. Der Drukari hat begonnen. Hier hast du den... Hermann rausgelassen, ne? Genau. Der Hermann ist ausgestiegen. Den Munculus. Genau. Da ist der Raider hier rüber geflogen. Die sind stationär geblieben beide. Er sieht den... Anti-Tank Stormspeeder. Ja. Hier habe ich überlegt. Sollste aussteigen, sollste nicht. Ich bin jetzt ausgestiegen. Ich glaube nicht, dass ich beide totgeschossen kriege. Das heißt, ich werde den, der überlebt, chargen und binden hoffentlich. Äh... Ja. Ich bin mir unsicher, ob das die richtige Entscheidung war. Aber ich... Ja. Das Problem ist mit dem... mit dem Speeder, äh... mit dem Reaper, den ich dir in der ersten Runde rausgenommen habe, hast du schon signifikant weniger Output, um meine Fahrzeuge wegzumachen. Ja. Und... Richtig. Und dann musst du natürlich jetzt auch vielleicht schon ein bisschen was riskieren, ne? Gut. Du hast keine Psy-Phase. Genau. So war das Quatsch. Ja. Und deswegen fangen wir direkt an mit dem... Ravenger auf den Anti-Tank Fissure. Fissure. Triff ich einmal nicht. Kabalos und Blackheart. Triff ich trotzdem nur zweimal. Ja. Eine Wunde. Triff ich nur einmal. Mache fünf Schaden. Fünf Schaden. Dann habe ich noch fünf, Markus. Schuss. Ja. Zack. Schrupps. Dann schießt der Raider auf ihn. Trifft. Wundet. Wie macht den kaputt? Explodiert er? Das weiß ich nicht. Das muss man... Das muss man durch einen Würfelwurf ermitteln. Mhm. Ermitteln Sie das? Ne. Okay. Ist ja weg. Das ist gut. Druckharig Firepower. Ja. Hervorragend. Dann haben wir hier einen Raider, der schießt auf den zweiten Speeder. Der trifft. Erwundet. Ja. Macht fünf Schaden. Ja. Ich hätte jetzt hier tatsächlich den einfach schon dem ersten vielleicht minus eins auf Trefferwurf geben sollen. Durch geschickte Fahrer. Ja. Dann haben wir bei den Bikes einen Blaster. Auf den... Weil jetzt lohnt es sich auch nicht mehr. Jetzt weiß ich, dass der Sukubus mich tot haut. Ja. Auf den Speeder. Ja. Und die Spintergewehrsysteme auf die Infiltrater. Genau. Erst mal der Blaster. Trifft. Das wurde dich nicht. Ja. Ja. Ist auch glaube ich... Ich weiß nicht, ob das noch nötig ist, da jetzt ein CP einzusetzen. Ja. Mit der Triptikpeitsche. Schon. Aber ich habe ein bisschen Schiss vor deinem 4-Plus-Abwehrfeuer. Aber ich glaube, ich werde nicht nicht... Die hat ja generell einen 4-Plus-Rettungswurf, glaube ich. Ja. Naja, lass mal sein. Spintergewehre auf die Infiltrater. Solide. Eine Wunde. C. Gut. Dann war das auch schon die... Doch. Ne, doch. Ja, vielleicht. Mal gucken. Ja, das war schon die Schussfarbe. Landracks sind da noch im... Die stehen am Marker. Genau. Machen sie gut. Ja. Dann würde ich jetzt meine Drogen auswürfen, weil ich vergessen habe. Hast du gemacht, ne? Und dann kommen wir in die Charge-Phase. Genau. Dann sehen wir uns gleich wieder, weil den Charge kannst du nicht verpatzen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. So, wir haben die Angriffsphase abgehandelt. Ich habe auch 4-Plus-Abwehr-Folge gegeben, als Iron Hand, wie es mein Recht ist. Ich habe vier Blutbräute ausgeschaltet, weil der Markus drei Sechsten beim Retten gewürfelt hat. Ja. Und die Witches und die Succubus haben es in den Nahkampf geschafft. Und die Succubus fängt jetzt an und haut den Stormspeeder natürlich tot. Ich hoffe. Nicht. Keine tödlichen Wunden. Stimmt, weil dann verwundest du nämlich nur auf die 6, ne? Genau. Weil ich bin dann Fahrzeug. Ja. Dreimal. Dreimal mit minus 2, ne? Ich glaube, ja. Auf die 5-Plus. Kriege ich vier Schaden, habe ich noch einen. Zack. Dann hast du noch Quadrillionen Attacken. Quasi. Sollen wir das mal eben abhandeln? Ja. Ohne Kamera. Ich glaube, das ist am besten, ne? Weil du hast mehrere Spezialwaffen. Ja. Und wir sehen uns gleich wieder. So, wir haben den Nahkampf jetzt abgehandelt. Die Witches haben den Storms wieder kaputt gemacht. Haben sich nachgepeilt in die Infiltrators. Und haben, die Infiltrators haben aber auch noch drei erschlagen. Da hatte ich noch den Stratagem eingegeben, ausgegeben. Sonst gegangen, dass ich meinen Treffer, äh, meinen Besser treffe. Und, äh, Markus hat zwei Punkte ausgegeben, damit die automatisch den Moralwerttest bestehen. Ja. Denn, er wollte die unbedingt, äh, behalten, dass ich dann im Nahkampf gefangen bin. Die, äh, Succubus hat sich auch noch interessanterweise hier sechs Zoll, äh, in eine beliebige Richtung neu geordnet. Die hat sich wieder in ihre Reihen, äh, verpinkelt. Äh, Ende der Runde. Du hältst deine Aufstellungszone frei, du hältst... Ich mach den Homebase Marker, ich mach drei Marker und ihr schießt zwei Fahrzeuge. Perfekt. Gute Runde und jetzt bin ich wieder dran. Bis gleich. So, die zweite Runde der Ironhands hat begonnen. Äh, der Repulsor hat wieder minus eins auf Schaden bekommen. Hat den Maschinengeist geweckt bekommen. Der hat auch den Maschinengeist wegbekommen. Ich bin hier rumgegangen mit dem Redemptor, der Repulsor ist da rumgefahren. Die Charaktermodelle sind dahinter advanced und hier steht noch der normale Techmarine. Ähm, die Infiltrators sind ein bisschen, äh, vorgerannt. Um, ähm, ja, ich kann euch das kurz zeigen, weil hier stehen die Servietoren, die machen natürlich wieder die Aktion. Und die möchten nicht von schockenden Harpien beschossen werden. Die 18 Zoll Reichweite haben mit ihren Schwellern. Deswegen sind die genauso weit gerannt, dass Markus hier landen müsste. Also, der könnte sich mit Glück hier irgendwo so aufreihen. Aber dann hat er halt keine Reichweite, weil er weiter als 18 Zoll von den Servietoren weg ist. Auch dank der Infiltrators, die ja quasi fast alles hier hinten abdecken. Die anderen Infiltrators sind in Nahkampf geblieben. Und der Repulsor und der Cyber, die können entweder den Reaper beschießen, äh, nicht den Raider oder da hinten die Kabalenkrieger. Aber wir haben eine kleine Psy-Phase. Ich mach mal wieder einen Rettungswurf an. Mhm. Kommt nicht, glaub ich. Kommt auf eine 6. Ich muss es wiederholen, weil es, glaub ich, eine ganz gute, du hast halt so viel Durchschlag bei deinen Waffen. Ist das eigentlich nur Beschuss oder? Kommt eine 8, ich glaub das ist komplett. Mhm. Ähm, ich guck aber gleich nochmal nach. So, dann hab ich den Rettungswurf schon mal bestanden. Und dann könnte ich noch einen Smite machen. Würde auf die Witches gehen, ne? Mhm. Ja, mach ich auch. Weil deine, deine Mandrax seh ich nicht, ne? Smite. Super Smite. Mhm, cool. Kannst du nicht bannen. Das ist richtig. Gut. Ist eine 5. Und zack sind die Infilträger. Also das war jetzt Glück. Das war asi. Mit dem Smite hab ich überhaupt nicht gerechnet eigentlich, wenn ich so will. Und dass ich dann jetzt auch noch einen Super Smite mache. Das ist natürlich jetzt hervorragend, weil dann könnte ich nämlich auf deine Raubjäger schießen, ne? Das war richtig frech. Das war frech, ne? Ja. Man muss auch mal Glück haben im Leben. So, wir fangen an mit der Schussphase, Markus. Mhm. Und ich fange an mit dem Repulsor Executioner. Warum denn nicht, ne? Und der schießt alles, was er hat, auf den Raider, ne? Trifft auf die 2. Das geschützt auf die 1. Ich könnte jetzt Minus 1 anmachen, aber ich glaub, das lohnt sich nicht. Das ist richtig. Ich überlege, ob ich tatsächlich Gnade ist Schwäche mache, um das 6 und 2 Mal verwunden. Sag ich mal. Genau, mach ich. Denn du hast wieder schon 6. Im neuen Buch haben die Widerstand 6. Und mein Oncelot Gatling hat zwar jetzt auch Stärke 6, aber die schwere Bolt hat zum Beispiel noch Stärke 5. Deswegen mache ich für 1 CP an das 6 beim Verwundungswurf 2 Mal verwunden. Mhm. Ja. Mag ich ganz gerne dieses Stratagem. Und ich würde jetzt sagen, ich fange mal an mit dem Hauptgeschütz. 1. Trifft auf die 1. Jep. 2 Mal. Jep. Stärke 10. Hat 2 Mal verwundet. Rett dich. 2 Mal nicht. Macht 12 Schaden. Der ist schon kaputt. Exkludier dich. Gut. Steig aus. Junge Mann. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Der Markus ist ausgestiegen. Es sind 2 Inkubi gestorben. Und ja. Das einzige, was jetzt mein Redemptor machen kann, ist auch 5 Kabalenkrieger zu schießen. Denn die sind komplett sicher. Also. Nächste Runde kommt richtig viel Nahkampf. Ne. Die Zirkobus da hinten. Die Inkubi. Der Achorn. Und die haben alles in Nahkampfreichweite. Und was dann noch übrig bleibt. Das kann ich. Dann kann ich vielleicht noch was beschießen. Gucken wir mal. Nehmen wir an. Auf jeden Fall schießt jetzt erstmal der Redemptor mit der Heavy Onslaught Gatling. Treffe auf die 2. Steinglück ey. Indeed. Auf die 2. Weil ich eine Stärke von 6 habe. Ja. Das sind dann 7 mal mit minus 1. Oh. Habe ich. 5er Hose. Ja. Minus 1, 6er. Du hast ja eine 4er Hose jetzt von Haus aus. Habe ich eine 4er Hose. Dann habe ich jetzt im Gebäude eine 3er. Genau. Aber minus 1. Dann habe ich eine 4er. Hast du wieder 4er. Stimmt. Was erzähle ich dir? Du hast auf jeden Fall 4er Hose. Absolut richtig. 7. Aber ich habe ja nur 4 im Busch. Ja. Also muss ich erstmal 4 machen. Schon mal 3 dort. Jo. Ne ist schon tot ne? Ja sind alle tot. Ja gut. Weil ich hätte noch Waffen gehabt. Aber die sind jetzt tot. Das genau. Dann habe ich hinten noch meine Infiltratoren. Da können noch 10 Leute schießen. weil die sind ja jetzt nicht mehr im Nahkampf. Ja richtig. Und wenn man jetzt genau nehmen kann, könnte ich vielleicht die Sukubus am Gebäude vorbeisehen. Und die steht vor denen. Oder wie wird das gerechnet? Ja. Also ja. Ja. Mit allen. Doch. Der könnte auch noch dran vorbeisehen. Ja. Und mit 4 man kann es auf die Sukubus knallen. Mache ich auch. Dann 2 auf die Bikes. Die haben wieder schon 5. Dann verwunde ich dich einmal automatisch. Mit Minus 1. Geht durch. Und noch 8 mal auf die Sukubus. Möchtest du da vielleicht Minus 1 ausgeben? Wird Schnelle? Ja sicher. Besser ist das ja. Ist jetzt mal so. Ja. Genau. Dann auf die Dry. 3 mal. Ja. Mach ich. Safe. Alles safe. Puh. Etwas Börse 3. Yes. Etwas Börse 3. Etwas Börse 3. Ende meiner Runde. Ich mache meine Ausstellungszone frei. Ich mache meine Aktion. Ja und leider halte ich nicht den Marker, weil du da mehr Modelle stehen hast. Ja. Und deswegen. Viel mehr hätte ich nicht nehmen können. Ne. An Missionszielen tatsächlich. Und ja. Jetzt kommt Markus. Entscheidende. Richtig heftige. Heftige zweite Runde. Bis gleich. Die zweite Runde der Drokari beginnt und der Markus ist jetzt all in gegangen hier. Für uns nochmal durch. Genau ja. Hier muss der Herrmann den Marker holen. Da vorne sind die Harpien geschockt. Die wollen die Intercessors beschießen und die Servietoren angreifen. So der Plan. Ähm. Hier sind die Inkubi und der Archeon vor. Ich habe versucht den Archeon außer Sicht. Äh. Also ich einen außer Sicht Charging kriege. Was ich keinen Abwehr verlegen kann. Aber geht nicht. Ich kriege ihn nicht außer Sicht. Muss ich den Abwehr vor überleben. Versuch dann den zu binden. Erschlagen werde ich mir wahrscheinlich nicht. Die Sukubus ist 5 Zoll gerannt. Und will den Tech Marine erschlagen. Hier wird gleich der Raider die überlebenden restlichen Intercessor. Wenn er sich überleben schaden. Und trotzdem schießen alle Lanzen und sowas auf ihn. Das Boot schießt auf den Redemptor. Und die Mindworks versuchen dann in No-Sicht Charge auf den Redemptor noch. So machen wir das, ne? Genau. Genau. 18 Zoll. So. Da fangen wir auch an. Und zwar schießen die 10 Helions den Schlitterwattensystem auf die Infiltrator. Jawoll. Mach's halt mal. Sind solide 20 Schuss. Ich bin in A schon Reichweite. Stimmt. Dann darfst du tatsächlich wiederholen. Ich bin ein Großfürst. Kann man nicht meckern. Das war gut. Auf 4. Das ist auch gut, würde ich sagen. Ja. Ich sehe schon. Das sind 2, 4, 6, 10, 11 Mal rüsten. 11 Mal, sagt der Markus. Das sind 9, 10, 11. Auf die 3. Ja. Einer durch. Der war aber auch gut, Markus. Ein Lebenspunkt verloren. Ich werde es gleich markieren. Ja. Da kommen jetzt noch die 2 Schlittersysteme von den Raubjägern. Und der Blaster geht auf den Repulsor. Ja. Erstmal die Schlittersysteme auf die Infiltrator. Ich gebe schon mal den Rauchverhang für den Impulsor aus. Ja. Nochmal zweimal rüsten. Beide gerüsten für die Infiltrators. Dann kommt der Blaster. Trifft leider nicht. Nee. Dann der Raider auf den Repulsor. Trifft nicht. Ich glaube nicht. Die Kabale auf den Blackheart trifft. War das nicht der Witches Raider? Das sind alle Kabale auf den Blackheart. Ach so. Ach du. Ach deine Witches vom Cult of Strive fahren in Blackheart Raider. Richtig. Das geht jetzt. Das geht jetzt heutzutage. Auf die 4. Leider nein. Leider nein. Leider nein. So. Dann haben wir noch diesen Raider. Ach den Ravager auf den Cyborg. Kann ich leider nichts tun. Der ist natürlich auch Kabale auf den Blackheart. Trifft trotzdem nur 2 mal. Ich wohne auch nur 1 mal. Ich habe nichts gegen. Ich möchte da meinen CP einsetzen. Ich wohne 2 mal. Ich mache dir 3 Schaden plus 5 Schaden sind 8 Schaden. Habe ich noch 5 Leben. Ich mache 4. Und 6. Ich mache ja Minus 1. Bin ja Duty Eternal. Ach richtig. Genau. Deswegen kriege ich 8 Schaden. 8 richtig. Habe ich noch 5. Gut. Gut. Dann. Fast fertig mit Schießen. Fast fertig. Genau. Wir haben noch die Mandrakes auf den Dicken. Bevor die gar nicht schießen können sie ja mal versuchen. Die machen ja Mord über uns. Mhm. Und zwar 10 Schuss. Auf die 4. Hier. Das wird beim verwunden 6, ne? Du brauchst eh 6 zum verwunden. Die dürfen aber nicht vom Archer wiederholen, ne? Ja genau. Da sind ja gedungene Mörder, ne? Obwohl dürfen die das dann nicht? Weiß ich nicht. Ich mache eine Mordel. Du hast einmal verwundet. Ja. Einmal rüsten. Rüsten. Geschafft. Und eine Mordel. Und eine Mordel. Kriege ich rein. Gut. So. Dann würde ich sagen. Dann haben wir noch die Schredder. Von den Harpien. Jo. Auf meine Interfessors. Komplett richtig. 4 bis 6 Schuss. Oh, das sind 14 Schuss. Für 3, ne? Genau. 6 minus 1. 5 mal rüsten. 9 minus 1. Auf die 4. Ja. Oh. Oh. Aber wie gut, dass ich... Genau. Hör mal. Ich bin der Iron Hand. Da hinten muss ich noch einen Phenopane machen. Den Infiltrator. Nicht? Der Repulsor. Auch nicht. Und hier habe ich auch noch 5... 8 Schaden waren noch. Mhm. Sind nur 6. Sind nur 6. 13 minus 6 hat er noch 7. Muss ich gleich mal komisch anmarkieren. So. Und das waren jetzt 5 Lebenspunkte, die durchgekommen sind. Ja. Auf die 6. Ja. Die gehen auch leider alle durch. Da kommt noch der Splitterkarabiner hinterher. Vom Champion. So. Splitterkarabiner. Genau. Trifft 2 mal. Mach noch einmal rüsten. So. Das ist besser. Für 6 Leben weg. Genau. Ja. Drei tot. Vorrang. Heftigst. Heftigst. Das war eine gute Runde bis jetzt. Vom Schießen her. Ja. So. Ich glaube, da wird schon gecharged. Und ich... Dann charge ich mal direkt. Komm gleich wieder. Ja. So. Die Angriffsphase beginnt. Und der Markus nimmt den Achorn. Ja. Ich habe nochmal überlegt. Aber ich glaube, es ist echt die beste Wahl, auch wenn die... Und das Abwehrfeuer gucken wir uns natürlich an. Auf jeden Fall. Für 2 CP. Auf die 4 Plus. Ähm. Ich nehme natürlich erstmal... Ich nehme erstmal meine Fragmentsturmgranatwerfer. So. Sieben Schuss. Auf die Vieren. Fängt schon mal gut an. Super. Dann habe ich... Nehme ich mir noch einen Würfel dazu. Acht Schuss Sturmbolter. Zwei. Ich würfel grandios. Einmal. Ja, dann nehme ich natürlich meinen Rüstungswurf. Ne. Warte mal. Wenn ich jetzt einen rüste, muss ich jetzt alle weiterrüsten oder darf ich danach retten? Du darfst danach auch retten. Okay. Dann nehme ich meinen Rüstungswurf natürlich. Geht durch. Okay. Dann habe ich das... Die dicke Icarus Kniffte hinten dran. Die war gut. Verwunde auf die Dry. Drei. Das sind... Das sind... Fünf Wunden, Markus. Fünf Wunden. Minus eins. Dann muss ich erstmal dreimal rüsten. Dann habe ich noch zwei Leben. Dann muss ich noch zweimal... Einmal rüsten. Nein. Dann habe ich noch ein Leben. Dann muss ich jetzt retten. Dann schaffe ich. Dann habe ich noch ein Leben. Ja. Schwerer Zwillingsbolter. Zwei Treffer. Zwei Wunden. Minus eins. Retten. Was habe ich? Oh. So. Dann habe ich glaube ich aber auch nur noch... Die Onslaught Gatling habe ich auch noch nicht, ne? Ja. So. Die Onslaught Gatling. Ja. Zwei Wunden. Nicht so viel war rumgekommen. Ja. Gut, ne? Da ist sie eins. Ah, da ist er tot. 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 Da hat er nur noch ein Leben gehabt, aber... Also macht schon mal was, ne? Weil eins wiederholen und so als Großfürst ist unsexy. Tatsächlich. Ja, aber guck mal. Wenn jetzt die Inkubi oder die Heli uns zuerst gechartert sind, die werden tot. Die werden richtig tot gewesen. Ja, deswegen. Das war jetzt das noble Opfer, sag ich mal so. Aber ich habe trotzdem Abwehr vollgegeben, weil mir bringt es ja auch was, wenn der... Klar, wenn der Aschern weg ist, klar. Und wir machen jetzt die Abwehr, die ganzen... Also du kommst ja überall ran, ne? Die Succubus chargt beides, Techmarine und Sucre Pulsor. Und dann machen wir das jetzt und dann sehen wir uns gleich in der Nahkampfphase wieder. Komplett richtig. Können wir. So, die Angriffsphase ist durch. Markus fängt mit der Succubus auf den Techmarine da hinten an. Neun Attacken. Sind schon mal vier tödliche. Ist ja schon tot, ne? Ne, der hat noch ein Leben. Okay. Ganz viele Wunden. Dann noch sechs mal minus drei. Minus zwei, ne? Drei. Ich guck grad drauf. Minus drei, zwei. Minus drei. Dann hab ich dich vorhin vielleicht angelogen. Aber ist nicht schlimm. Auf die fünf. Boah. Dann kriegt der noch vier Schaden rein. Müsste ich jetzt vier mal sechs Plus würfen, sonst ist er tot. Hat schon mal. Du kannst ja auch sechs mal sechs Plus würfen. Ach so, ja genau. Ja komm. Der ist tot. Möchtest du dazwischen hauen? Nö. Okay. Ich könnte ja nur mit den Infiltrators dazwischen hauen. Und das macht jetzt aus meiner Warte keinen Sinn. Weil ich den Widerstand fünf Raubjäger nix mache. Ja. Und meinen Panzer mit dem möchte ich auch nicht zurück hauen. Oder zwischen hauen. Vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, die Scourges haben trotz Wiederholungswurf den charge auf die selbe Tömer nicht geschafft. Den hast du nicht geschafft. Und die Mandraks sind von da hinten da rein gecharged, um den da ein bisschen zu binden. Ich könnte mit dem Redemptor dazwischen hauen, dann hab ich auch keine CP mehr. Da möchte ich nicht. Okay. Dann würde ich jetzt einfach durchwürfeln wollen. Genau. Richtig. Jetzt wird hier ordentlich nah gekämpft. Richtig. Äh. Ja. Machen wir doch direkt die Mandraks. Warum nicht? Die haben aber drei Attacken pro vier, glaub ich. Ja. Der Chef hat vier, ne? Fünf. Auf die drei. Auf die drei bist du dabei. Kann ich mal so gut. Auf die fünf, ne? Wir standen sieben also, ne? Genau. Viermal? Minus eins, ne? Das ist relativ viel. Viermal, sagt der Markus. Dann hab ich noch ne Viererhose. Oh, drei Leben weg. Sechster Rettung. Drei Leben weg. Er hat noch sieben, jetzt hat er noch vier. Aber als Iron Hand ist das ja nicht ganz so schlimm, weil da bin ich ja immer noch im obersten Bracket. Ich sehe die Inkubi-Peilen. Genau. Wie viel sind es noch? Drei, vier, fünf, sechs, sieben, ne? Sieben mal drei, 21, 22 Attacken. Los, richtig. Die haben alle so viele Attacken, ne? Das ist ein bisschen übel. Auf die zwei. Verwunden hast du, du hast ja Stärke fünf, ne? Genau, ich hab Stärke fünf. Und Sechsen machen doppelt, machen noch einen Schaden mehr, ne? Machen einen Schaden mehr und einen Minus mehr. Vier Sechsen hast du schon mal viel. Vier Sechsen, aber nur zwei Fünfe. So, jetzt müssen wir mal auseinander rüsten. Ich mach erst mal die zwei. Zwei mal minus drei. Auf die sechs. Ne? Das sind dann zwei Schaden, ne? Weil ich hab ja noch den Eisenstein. Genau. Dagegen hab ich keine Rüstung. Genau, wären drei Schaden, durch Eisenstein zwei Schaden, ne? Genau, das heißt, acht Schaden krieg ich noch dabei. Dann hast du mit zehn Leben gemacht. Ja. Dagegen hab ich noch einen Ironhand-Würfel, Wurf. Drei Sechsen immerhin. Völlig sieben. Ja. Ich hatte noch fünfzehn, jetzt hat er noch acht. Mhm. So, das markieren wir mal kurz. Ich weiß gar nicht, können Eli uns irgendwie Ponuswürfel holen oder so? Ne, ne? Glaub nicht. So, die sind auch als nächstes dran. So, als nächstes kommen die Helions. Und die haben auch drei Attacken. Genau. Und 30, 31 Attacken. Ne, was hab ich für Drogen? Also, jetzt stehen die Leichtshox wieder. Auf die drei, ne? Jepp. Dann noch in Runde zwei. Aber, da kann man nicht meckern. Nein, da kann man überhaupt nicht meckern. So dann habe ich Stärke 4 auf die 6. Aber 1 wiederholen. Genau, durch die Sukurus, die da steht. Oh Gott, was machst du denn da? Ich dachte, dort lache ich den! Die sechsten haben sogar DS-2, ne? Boah, das sind 3, 6, 9, 10. Genau, du hast jetzt 10 mal minus 2 für 2. Ein Sonne in einem Sonne. Markus ist ja auch erst mal so gar kein Problem, ne? Easy. Minus 2, also auf die 5. So, dann gehen 3, hatte ich gerüstet, 7 Schaden. Hat auch noch einen, beziehungsweise noch 3. Genau, hat auch noch 3 Leben, Leute. Das ist natürlich extrem heftig. Kann man mal machen. Kann man mal ruhig so machen. Genau, da hinten hast du ja auch noch welche. Genau, die Raubjäger. Auf die Infiltrators. Die haben die gewürfelt. Die haben Stärke mehr. Ich glaube, die haben die nicht gewürfelt. Stärke und Widerstand hatten die, ne? Stärke und Widerstand, genau. Auf die 4. Ne. Auf die 3 dann, ne? Du hast ja die Klingenhallen, die haben ja schon Stärke 4, glaube ich. Genau, auf die 3 minus 1. 5 mal minus 1. Da ist einfach so richtig viel, was da durchkommt, ne? Ist einer tot. Ja. Da ist, ne, ich habe ja noch viel noch Pain. Ja. Aber da war ja schon einer tot, ne? Ich glaube, den habe ich, glaube ich, gar nicht entfernt. Du hast ein Leben weg, oder? War einer tot? Ja, ein Leben weg, genau. Ja. Richtig. Dann kommt noch der Raider auf die. Guck mal, das ist mein Auto. Genau. Ja, 3 Wunden, die du seinst. Ich weiß gar nicht, ob der Klingenkünstler hat, aber egal. Ne. Ist nochmal einer tot. So. Entfernen wir jetzt gleich. Dann dürfen da hinten noch 2 zurückschlagen, ne? 2 Infiltratoren. Da hinten tatsächlich auch Klingenkünstler. Ist noch einer durch? Wäre noch eine Wunde. Ne, wir wissen nicht, ist halt egal. Ne, wir hätten jetzt ein Minus mehr gehabt. Ein Minus mehr, genau. Wir nehmen nur einen weg und abschlecken. Dann schlage ich da zurück. Mit 2 Modellen. Gegen deine Raubjäger natürlich. Ja. Da ist ja auch immerhin einen angekratzt da drin. Verwunde ich leider noch auf die 5. 2 Wunden. Jawohl. Die haben... 4er Hose, ne? Ne. Doch, tatsächlich. Ja, der eine tot. Ja. Gut. Der Repulsor hat noch irgendwie W3-Attacken oder so. 2 Stück. 1 Treffer. Eine Wunde. Wie haust denn? Ach, auf so einen Inkubi würde ich hauen, weil der nur ein Leben hat. Safe. Gut. Der Cybert darf natürlich noch zurück. Der trifft nur noch auf die 4. Ja, Minus 1 hab ich, ne? Dann trifft er auf die 5. Eine Wunde. Fünfer Retter. Ne. Gut. Ja, dann muss ich noch einen Morave-Test machen. Für die Jungs natürlich. Safe. Schade. Für die Infiltratoren. Die 1. Dann kommen wir zur Punkteverzählung. Du machst deine Ausstellungszone frei. Den hab ich nicht. Ich hab den Homebase-Marker. Also du hast das nicht. Homebase-Marker machst du? Genau. Ich mach 1, 2, 3 Marker. Drei Marker. Und ich, äh... Du hast noch kein... Kein Fahrzeug. Kein Fahrzeug weiter vernichtet. Ja. Gut. Jetzt wird's richtig heftig hier für die Iron Hands. Und ich geh in meine dritte Runde. So, die dritte Runde der Iron Hands beginnt. Und jetzt haben wir erstmal einen kleinen Nachtrag. Denn ich hatte ja die psychische Festung angemacht. Das heißt, meine Repulsor hatte ja einen 5er Rettungswurf. Wir konnten uns noch erinnern, dass der Markus vier Sechsen hatte. Die ja so böse sind. Die jetzt minus 4 haben und zwei Schaden gegen mich machen. Deswegen hab ich die nochmal gerettet. Und ich hab tatsächlich 3 Sechsen... Mit 3 Sechsen gerettet. Recht. Das heißt, ich krieg 6 weniger Schaden. Und hab den geheilt. Deswegen hat er jetzt nur 4 Schaden gekriegt. Sozusagen. Also er hat noch 12 Leben. Das ist ja ziemlich mächtig, ne? Schon traurig, ne? Bevor der Techmarine dann nämlich hingegangen ist, hat er den noch hier in der Command-Phase besser treffen lassen. Das heißt, er hat jetzt plus einen Trefferwurf. Die Intercessors sind hier hingekommen. Die werden jetzt gleich schießen und chargen. Die machen wieder die Aktion, die Servitoren. Die Infiltratoren sind vorgekommen. Die sind zurückgefallen, damit die was machen können. Die werden jetzt gleich irgendwie den Raider da schießen und angreifen. Der Repulsor darf nichts machen. Er darf gleich im Nahkampf schießen. Und wir haben noch einen kleinen Nachtrag, weil der Sokobus ist nämlich in meinen Skriptor gepeilt. Und der Skriptor hat ihm 3 Leben genommen. Ja, trotz Reroll. Trotz Reroll. Also dieses, trotz Wiederholungswurf. Und wir fangen jetzt an mit der Zielphase, Markus. Ich habe zwei Sprüche. Ich mache Smite und eine Festung. Ich mache Smite. Kommt nicht. Puh. Ich gebe den CP aus, weil den Sokobus zu töten wäre mir eine extreme Freude. Kommt. Mit der 5. Drei oder vier brauche ich. Eins. Ja. Hat der Sokobus noch ein Leben. Schade. Dann mache ich noch die Festung an. Kommt mit einer 7. Kommt mit einer 7. Bisschen weit gewürfelt. Und ja, schade. Ja, was will man machen. War gut. Was will man machen. Schau mal vor der Sokobus wäre tot gewesen. Das wäre richtig scheiße. So. Ich habe ein paar Sachen. Das Schießen ist eigentlich relativ klar. Die beiden Intercessors schießen natürlich auf deine Harpchen. Treffen auf die 3. Verwunden auf die Dry. Zweimal mit minus 2. Ich glaube sie haben eine 4er Hose und 6er Rettung oder so. 5er Rettung. 5er Rettung. Geht einer. Einer Dote. Gut. Dann schießt mein Redemptor. Alles was er hat. In den. Natürlich in die. Äh. In die Mandraks. So. Heavy Onslaught Gatling. So. Ich bin im höchsten Profil. Dank Iron Hands. Deswegen treffe ich dich auf die 2. Und weil du ein Mandrak bist auf die 3. Ja. Puh. Ja. Parallel nach raus. Stack 6. Ja. Das mache ich wieder gut. 6 mal mit minus 1. Aber ist egal. Du hast einen 5er Rettungswurf. Den du auch frecher Weise. So. Lebt nur einer. Lebt nur einer. Aber ich habe ja noch einiges zum Schießen mehr. Heavy Onslaught Gatling. Äh. Die normale Sturm Gatling. Nur eine Wunde leider. Ich bin tot. Jo. Gut. Hat er sich derer entledigt. Dann Markus. Schießt mein Executioner. Das doofe ist. Gnades Schwäche. Das heißt 6 und verwunden 2 mal. Kann ich nur machen wenn ich auf ein Ziel schieße. Mhm. Und das möchte ich ja eigentlich nicht. Weil ich möchte natürlich auch dann Sukobus noch irgendwie kaputt machen. Deswegen schieße ich mit dem schweren Bolter und der schweren Onslaught Gatling Knifte und dem Geschütz, weil es ja keine Blastbuffe ist, in deine Inkubi. Mhm. Und alles andere schieße ich in deinen Sukobus. Also die Achtschussstärke 4, die Sturm Bolter und die Fragmentsturm sind auch Blast. Die dürfen gar nicht schießen. Mhm. Machen wir das so. So machen wir das. So. Sturm Bolter in den Sukobus. Kriege ich ja keinen Abzug. Auf die 3, ne. Du hast ja schon 3. Ja. Das sind 4, äh 5 unten. Mit minus 1. Tot. Ja. Gut. Dann habe ich noch die schwere Onslaught Gatling Knifte. So, die schwere Onslaught Gatling Knifte schießt jetzt auf die Inkubi. Das ist eine schwere Waffe. Dann treffe ich auf die, auf die 3. Weil ich, ne genau, ich bin ja nicht verbessert. Der Techman konnte ja nur noch den verbessern, weil sie in der Command-Fase. Deswegen treffe ich die jetzt auf die 4. Mhm. Immerhin, ne. Der war sehr schlecht. Der war sehr, sehr schlecht. Zwei Wunden mit minus 1. Doppel 6. Super. Markus, ich bin begeistert. Hier. Schwerer Bolter. 4. Auch die 3. Dreimal mit minus 1. Ein, zwei. Ja. Ja. Ganze zwei Inkubi ausgeschaltet. Fragmentsturm darf nicht schießen. Da habe ich mir sehr sicher, dass der explosiv ist und ich habe noch das Geschütz auf deinen Inkubi. Beide? Beide. Zwei tot. Oder Sechserretter. Ja. Ne. Immerhin. Immerhin. Dann. So. Dann. Schießen. Genau. Da hinten habe ich noch die Infiltrators. die von hinten gekommen sind. Von hinten? Die schießen auf deinen Raider mit 10 Schuss. Zwei Auto Wounds. Auf die sechs verwunden. Ne. Auf die fünf verwunden. Drei Wunden mit minus 1. Zwei Limit. Gut. Ja. Also alles im All. Keine so schlechte Schussrunde würde ich jetzt behaupten. Der Sukkubus ist weg. Das ist extrem wichtig. Du hast nur noch zwei, nur noch drei Inkubi und die Helions. Ich glaube nicht, dass du mich jetzt noch richtig, also dass du den in der nächsten Runde kaputt machst. Auf keinen Fall. Den Repulser. Ne, den kriege ich nicht mehr. Und dann würde ich jetzt sagen, gehe ich auch in Nahkampf. Mein Redemptor greift natürlich deine Inkubi an. Mit einer neuen. Das passt aber auf jeden Fall, würde ich sagen. Mein Skriptor greift nicht an, weil er das uncool findet im Nahkampf zu sein. Mit wilden Drogen nehmenden, Skyboard fliegenden Typen. Das verstehe ich gar nicht. Richtig. Und, ähm, weißt du was? Meine Infiltratoren greifen noch deinen Raider an. Mit einer 7 kommt auch das ran. Jetzt bewegen wir kurz die Modelle und dann sehen wir uns gleich wieder. Lass ich da noch? Achso, die zwei Intercessors. Natürlich. Mit einer 9. Natürlich. Passt auch das. Äh, jetzt sehen wir uns gleich wieder. So, die Nahkampfphase beginnt. Ich nehme als erstes mein Redemptor Dreadnut und der haut jetzt auf deine Inkubi. Ja. Ist das deine noch? Wahrscheinlich. Äh, auf die drei. Auf die zwei. Vier mal retten. Power from pain. Dote. Gut. Gut. Dann komme ich zu meinen Intercessors. Der Sergeant hat vier Attacken, der eine hat drei. Mach ich irgendwas an? Ne. Ich muss das jetzt so versuchen, ich treffe dich auf die drei. Ja, guck mal. Auf die drei. Ja, guck mal. Das sind vier mal kein Minus. Vier Rüstung. Geht einer. Geht nur einer. Zack. Ach, das waren auch sogar noch vier, ne? Ja. So, gut. Dann, Markus, äh, habe ich da hinten noch einen Angriff. Ja. Die Infiltratoren auf deinen Radar. Ja. Äh, das sind 15, ne? Ich müsste ja zwölf, äh, 16 Attacken. Ich müsste ja zwölf liegen haben. Brauche ich noch vier Würfel nach Adam Riese. Komm, ich gebe mal für 1 CP hier aus. Äh, genetisch bedingte Macht. Einfach auch nur, weil ich das noch nie gespielt habe. Das kann man ja nur auf Primaris machen und sechsen verwunden automatisch. Mhm. Auf die drei. Keine Welle. Das hat sich gelohnt. Also, ich bin auch der König. Ich habe immer so das Gefühl, dass ich der König bin von, von Strategyms, die eigentlich nichts bewirken. Auf die fünf. Das sind vier. Das sind vier Wunden ohne Minus. Wie ist drei Leben, ne? Du hast vier Rüstungen, ne? Du hast Viererhose, glaube ich. So ein Raider hat Viererhose. Komplett richtig. Und ich zwei. Zwei Leben weg. Dann darf der Markus zurückhauen. Jep. Wo fängst du an? Ich mach jetzt einfach den Raider direkt. Fünfmal die Infiltrator getroffen. Vier mal holen. Kann man so machen. Ja. Alle gerüstet. Arsch. Für den Imperator. Arsch. Für den Imperator Indeed. Die Helios sind doch voll, ne? Jawoll. Das wird wieder 31. Attacke. Das hört sich mal so verrückt an. Ich meine, hier wird gegrillt, ne? Und weißt du, was das Schlimmste daran ist? Wir sind es nicht. Ja, das ist ein Problem. Jetzt sind wir in Runde drei, ne? Jo. Mein Gott, du hast dreimal nicht getroffen. Ja. Voll der schlechte Wurf. Auf jeden Fall. Na gut, jetzt brauch ich ja, was hab ich nochmal für Drogen? Äh, du verwundest mich auf die sechs wie die letzte Mal. Genau. Sind nur zwei. Drei. Drei. Vier. Vier mal mit minus zwei, ne? Ja. Auf die fünf. Gehen zwei durch. Macht auch dann vier Schaden. Ja. Ja. Ich verwunde. Äh, dann hab ich noch ein Sechser. Äh, vier noch Pain. Da stehen drei Schaden unter. Dann hat der sieben gekriegt. Zack. Hat auch noch neun. Dann haben wir noch die Harpchen. Jawoll. Die haben auch, genau, auch Power from Pain, Pain, Pain. Oh, Power, Power from Pain. Oh, der ist tot. Der ist tot. Nein. Noch ein Leben. Hast du sonst noch was? Ne, dann hast du schon, ne? Schon fertig. Ja, dann kann der Repulsor noch hauen. Der Repulsor darf noch hauen. Ja. Da guck ich mir aber jetzt mal gleich das Profil an. Äh, dann würde ich sagen, sind wir fertig. Ich halte die leider nicht bei einer Aufstellungszone frei. Was sehr, sehr ärgerlich ist. Ähm. Du hast eh nur. Ich halte aber drei Marker. Ja. Weil, ne? Weil das ist mein Marker aktuell. Das ist dein Marker, ja. Und, genau. Und die, die Aktion mache ich auch noch. Gut. Jutti. Alles klar. Wir kommen gleich in deine, äh, dritte Runde. Und dann sehen wir uns wieder. Ja. Die dritte Runde der Drog Kari beginnt. Die Harpien sind zurückgefallen. Äh, sind an den Marker gegangen. Ist gerade der ein Marker. Äh, dann bist du mit den Helions zurückgefallen. Weil Helions können zurückfallen und angreifen. Komplett richtig. Ne? Yes. Und du kannst natürlich dann einfach mal eine Charaktermodelle weg machen, wenn du den Panzer nicht wegkrieß. Gut ist auch noch, äh, der Panzer ist natürlich jetzt frei. Äh, kann beschossen werden vom Ravager. Und der Schattenjäger. Ne, der ist ja kein Schattenjäger. Das ist ja, das ist ja ein Schattenjäger. Die Schattenbarke ist zurückgefallen. Hat grausame Täuschung eingesetzt. Und darf dann auch schießen. Nach dem Zurückfallen. Ne? Und sonst hast du dich, da bist du ein bisschen rumgegangen. Mit dem Gebäude raus, damit die mich nicht sehen. Die Infituator dich nicht sehen, richtig. Und sonst hat sich eigentlich nichts bewegt. Und dann würde ich jetzt sagen, bist du mit Schießen dran, ne? Genau. Schau mal direkt an mit dem Ravager auf den Repulsor. Äh, warte mal. Warte mal. Ich habe noch ein CP. Ich gebe den Abfangwerfer aus. Dann hast du minus 1 auf Trefferwurf. Ist mir egal. Wieder mal ein strategyym vollkommen sonst ausgegeben. Ich komme jetzt mal hin. Zwei Wunden. Fünferretter durch die psychische Festung. Oh, der war hart. Oh, der war hart, Markus. Heieiei. Muss ich ein bisschen lachen. Der war gut. Der war jetzt fies. Die Schattenmarke auf den. Trifft nicht. Darf ich wiederholen. Trifft. Und natürlich nicht. Warst du auch kein CP mehr? Nö. Gut. Das macht alles keinen Sinn. Bei dem Plan Umwert. Die dürfen nicht schießen. Die dürfen nur angreifen nach dem zurückfallen. Das einzige, die sie schießen können, sind jetzt noch die Raubjäger. Ja. Dann schießen die auf den Skybot anstatt auf den. Der hat aber auch einen Fünferretter, ne? Ja. Aber den triffst du besser. Mit Glück kriege ich den kaputt und den kriege ich auf keinen Fall kaputt. Das stimmt. Trifft nicht. Gut. Achso, die Splittergewehr natürlich auf die Infiltrefer. Ja. Doppelt, ne? Du hast noch vier Schuss. Das war Schnellfeuer. Hast du dreimal getroffen. Einmal. Einmal verwundet. Infiltratoren. Rüsten natürlich nicht. Schaffe ich mal einen 6er Fino Pain? Schaffe ich nicht. Verlieren die da hinten einen Lebenspunkt und ich würde sagen, dann sind wir schon in der Angriffsphase. Ne, die haben nur zwei Schuss auf Schnellfeuer schon. Echt? Ja. Egal. Ist nichts passiert? Ne, hast du jetzt gerüstet? Ich habe einen verpatzt tatsächlich. Ja, dann muss ich nochmal neu machen. Okay, bleib bei zwei Wunden, dann hast du einen verpatzt. Ja, die Helions auf die beiden Charaktermodelle. Kein Abwehrfeuer kann ich nicht mehr. Fünf passt auch. Der Markus bewegt kurz die Modelle. Oder brauchst du eigentlich gar nicht, ne? Können wir auch so machen. Oder du willst auf jeden Fall den Reposer attacken? Denke. Ja. Oder willst du nochmal kurz überlegen? Ja, überleg nochmal kurz. Und dann gehst du noch mit den Rob-Jägern, mit den Infiltrators in den Nahkampf, ne? Ja. Gut. Gut. Das passt. Ist alles drin. Dann erwähnen wir die Modelle und sehen uns gleich wieder. So, die Nahkampfphase beginnt. Markus nimmt die Helions als erstes und die hauen jetzt um. Auf den Scriptor. 16 Attacken? Ja. Solide. Stärke vier, ne? Fünf. Ne, vier. Was hab ich? Vier nur, ja. Auch die vier. Sechsten sind böse. Genau. Das sind dann vier mal minus zwei und vier mal minus eins. Vier mal minus zwei geht einer durch, macht zwei Schaden, ne? Mhm. Und vier mal auf die vier, ja. Das sind dann auch zwei Schaden, das sind sechs Schaden. Acht Schaden insgesamt. Acht Schaden. Das wird es wohl gewesen sein, meine Damen und Herren. Liebe Gemeinde, die Messe ist gelesen für den Scriptor. Ich sage dir, ich mache vier Sechsen. Vier Sechsen brauche ich, Markus. Mach keinen Scheiß jetzt. Ist tot. Okay. Ist das Scriptor leider ausgelöscht. Ich traue deinen Würfen alles zu. Ja. Die Rettungswürfe beim Repulser waren fies. So, nur 15 Attacken auf den Technologien. Der hat Widerstand vier, glaube ich, auch noch. Nur zwei Sechsen. So, der hat eine Zweierhose. Ja. Dann zweimal auf die vier, dreimal auf die drei. Zweimal auf die vier. Okay. Vier Schaden, ne? Mhm. Dreimal auf die zwei, äh, drei. Also, safe. Dann kriege ich vier Schaden rein, auf die sechs. Zwei Leben verloren, habe ich noch drei. Mhm. Alles klar. Der war schön. Dann darf der Knaller auch noch zurückhauen. Ach ne, warte mal, der hat noch, das ist ja nicht der, der primar ist. Der hat ein Leben weniger, hat er noch zwei. Also, er wäre tot gewesen unter den Doppel-Sechs. Ja. Ohne die Doppel-Sechs wäre er tot gewesen. Ja, schön. Dann haut er zurück, Markus. Mhm. Mit dem, ähm, du hast einen Angeknabberten drin, ne? Einen Angeknabberten, ja. Dann, ist egal. Dann fange ich mit dem, mit dem Servoarm an. Trifft. Verwundet nicht. Äh, dann habe ich noch die Axt. Zwei Treffer. Eine Wunde mit minus zwei für zwei. Einer tot. Einer tot. Guti. Gehst du jetzt in den Repulsor? Ich bin in den Repulsor. Na gut. Dann darf der nämlich auch noch zurückhauen, ne? Weil wir haben gelernt, dass ein Repulsor sechs Attacken hat. Mhm. Wovon eine trifft. Und eine vorwundet. Safe. Ja. Die sechs. Guti. Da ist noch meine Raubjäger auf den Infiltrator. Eine. Hier ist eine. Die haben Stärke mehr. Auf die drei. Drei Hunde. Alles safe. Ja klar. Dann haue ich zurück. Einer. Zwei. Und Sargent. Eine im Sinn. Du hast wieder schon fünf auf die fünf. Keine Runde. Punkt. Gut. Ja. Das wir mal machen. So. Das ist Ende deiner Runde. Genau. Du hast deine Aufstellungszone frei. Das ist mal sicher. Den Punkt habe ich immer noch nicht. Den hast du immer noch nicht. Aber ich mache die Aktion. Die Aktion machst du. Ich mache drei Marker. Gut. Meine vierte. Kommt jetzt gleich. Oder wollen wir mal gucken was so passiert. Weil ich glaube jetzt kommt gleich nochmal Repulsor Action. Ja. Du gewinnst das noch. Ja. Die vierte Runde beginnt. Der Iron Hands. Ich habe mich aus dem Nahkampf gelöst mit dem Repulsor. Dann habe ich das Repulsor Feld gespielt. Das heißt ich darf zurückziehen und schießen. Der Techmarine hat dem Redemptor gesagt, dass er besser schießen soll. Der Techmarine ist auch zurückgefallen. Hat ihn um zwei Punkte geheilt. Nee. Um drei Punkte geheilt. Genau. Deswegen hatte er noch sieben Leben. Und der Redemptor ist dann vorgekommen und guckt sich die Hellions an. Da hinten bin ich im Nahkampf geblieben tatsächlich. Und mehr habe ich ja auch nicht mehr. Genau die Intercessors sind noch Richtung Marker gegangen. Beziehungsweise Richtung Harpien. Und die Servitoren sind alle jetzt in drei Zoll zum Marker. Das heißt ich bin mehr am Marker. Und dann darf ich laut Aspellica diese Aktion zu Beginn ausführen. Gut. Dann würde ich sagen Psi habe ich nicht mehr. Dann wird geschossen. Und wir fangen einfach mal an mit dem Redemptor Dreadnought. Der Redemptor Dreadnought, der knallt alles was er hat, einfach in die Juten Hellions rein. Und wir fangen an mit der Onslaught Gatling Knifte. Mit der schweren Onslaught Gatling Knifte, die hat derer zwei Attacken, äh zwölf Attacken. Hülf Schuss. Ich treffe dich auf die zwei. Vier Einsen. Natürlich schwere sechs oder fünf. Stärke. Stärke sechs. So auf die drei. Das sind fünf mal mit Minus eins. Nehmen zwei. Du hast jetzt Fünfer Rettungswurf, ne? Zwei. So ein Schaden? Ja. Die Onslaught Gatling Knifte. Die hat nur Stärke fünf, ne? Die hat nur Stärke fünf. Widerstand fünf. Die trifft nach die zwei. Du hast Widerstand fünf, ne? Auf die vier. Zweimal. Minus eins, ja. Dann habe ich noch einen Sturm Bolter. Äh, zwei Stück davon. Ach, die zwei trifft auch. Reicht. Besser binden. Ähm, und auf die fünf. Zwei. Zwei. Kein Minus. Ich bin jetzt in der Sturmdoktrin. Ach, das stirbt aber einer. Wie viel habe ich ausgelöscht? Zwei. Zwei ausgelöscht. Es sind noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sechs. Eins, zwei, drei. Sieben. Sieben noch. Ja. Gut. Aber ich kann ja auch noch gleich im Nahkampf zuhauen. Das sollte man auch, glaube ich, nicht unterschätzen. So, dann habe ich den Executioner. Und ich bin immer noch hin und her gerissen, ob ich das Feuer aufteile oder ob ich mit die Helions wegknalle. Aber wenn der Cyborg das nicht komplett verwürfelt, dann nimmt der ja mindestens drei raus. Ja. Und die Cyber und die machen dann auch nicht mehr viel zurück. Ja. Ehrlich gesagt. Aber ich will die auch eigentlich ganz weg haben, ist das Problem. Nur ich habe wirklich saftige Ziele. Ich habe hier einen Homunculus, der da einzeln am Missionen-Ziel steht. Und ich habe hier zwei Wracks, die einzeln am Missionen-Ziel stehen. Und die nur als einzige die Tertia-Mission ausführen können. Deswegen bin ich... Ich glaube, ich muss Risiko spielen. Der Redemptor muss sich alleine darum kümmern. Beziehungsweise die Fragmentsturmgranatweffer, die werde ich auf die schießen, weil die haben nur 18 Zoll. Die Sturmbeuter, die Icarus-Knifte und das dicke Geschütz gehen in die. Und der schwere Zwillingspolter und die Heavy Onslaught Gatling gehen in die Wracks. Ich muss jetzt Risiko gehen. Heavy Onslaught Gatling kennen in die Wracks. Treff dich auf die 3. Ich verwunde die Stärke 6 auf die... Achja, du bist ja Profits-Office-Flash auf die 4. Das sind 5x mit Mino Seins. 4 noch Pain. Tot. Ja, bringt auch nochmal Punkte, weil da hinten hast du auch nichts mal richtig zum Marker halten. Ja. Dann bin ich noch mit dem... Was hatte ich auf den angesagt? Die dicke Knifte auf jeden Fall. Dicke Sturmbeuter, glaube ich. Trippt einmal. Verwundet... Doch, ich habe Stärke 10. Dafür zählt dein Profit of the Flash nicht, aber du rettest. Mhm. Und die Icarus-Knifte habe ich auf jeden Fall angesagt. Und die Sturmbeuter. Und die Sturmbeuter. Und die Sturmbeuter, ne. Icarus-Knifte. Auf die 4. Eine Wunde nur. Völlig. Ein Leben. Und die Sturmbeuter. Ich bring nochmal 4 Schuss. Zwei Treffer. Eine Wunde. Kein Minus. Die 4. Zwei Leben. Zwei Leben. Naja gut. Aber wenigstens etwas. Und dann habe ich noch die... Die 2... War das von mir? Der Würfel? Egal. Dann habe ich noch die Fragment-Sturm-Granatwerfer auf deine Helions. 10 Schuss. Das sind dann 5. 10. Auf die 3. Stärke 4. Auf die 5. 5 mal kein Minus. Alle, ne. Drei Tod. Die haben nur 5er Hose, ne. Jaja. Genau. Gut. Ne, die Bikes haben glaube ich eine 4er und die haben nur eine 5er. Genau. Gut. Alles klar. Dann sind wir durch mit Schießen. Ne, ich habe da hinten auch Infiltratoren. Und die schießen natürlich noch auf deinen... Äh... Die schießen natürlich noch auf deinen... Wie heißen sie? Auf deinen Raider. Raider. Sind noch. Sind noch voll, ne. Genau. 10 Schuss. Ich treffe dich auf die 3. Eine Autowund. Auf die Fünev. Drei Wunden insgesamt. Zwei durch. Alter noch. Drei. Ja. Gut. Und dann würde ich sagen, greife ich jetzt an. Habe ja auch nur ein... Äh... Nur zwei Angriffe. Die, äh... Intercessors, die Harpien. So. Die... Der Redemptor kann nicht verpatzen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der Nacka-Phase wieder. Richtig. So. Als erstes nehme ich die... Äh... Den Redemptor. Äh... Der haut jetzt auf die Hellions. Trifft auf die 3. Dreimal. Auf die 2. Da haut der 3 tot. Welche Stärker hast du? Du hast ja noch 5er Retter. Welche Stärker hast du? 14. Okay. Du hast ja 5er Retter und Power of Ampain. Zwei tot. Einer gerettet. Zwei tot. Gut. Dann haue ich da hinten mit den Intercessors zu. Das sind... Äh... Vier... Plus... Vier plus drei sind sieben Attacken. Auf deine Harpien. Also. Alles. Vier Hunden. Vier Hunden. Mit Minus 1. Drei tot. Da sind die tot. Da sind die weg. Gut. Und da hinten mit den Rob-Jägern darfst du zuerst. Ja. Die haben eine Stärke, ne? Ja. Die haben eine Stärke mehr, glaube ich. Genau. Drei durch. Drei durch. Anderthalb tot. Gut. Gut. Alles klar. Dann sind wir durch. Die dürfen noch zurückhauen. Die dürfen noch zurückhauen. Dann dürfen noch... Da habe ich noch 5 Attacken. Auf deine Rob-Jäger. Treffe viermal. Auf die 5. Zweimal mit Minus 1. Ja. Da ist einer tot. Sehr schön. Gut. Markus. Deine Hellions dürfen natürlich noch zurückhauen. Richtig. Da ist nur der Hell-Jag. Genau. Der wird jetzt hier, die normalen 3. War das so? So war's. Sieben Attacken. Eine Wunde. Eine Wunde, ne? Ja. Genau. Minus 1. Safe. So. Gut. Dann sind wir noch in der Moral-Phase. Äh. Ich habe einen Infiltrator vor. Und den muss ich nicht testen. Aber du musst für deine... Hellions. Ah. 6. Einer weg. Der andere. Lebt noch. Also der Hell-Jag lebt noch. Du bist ja nur in der 5. Runde im Moral-Immun, ne? Ja. Gut. Markus. Was machst du? 2. Ich halte 1, 2, 3 Marker. Das ist auch mein Tertiär-Ziel. Ausstellungszone halte ich leider nicht frei. Dafür mache ich die Aktion. Und du gehst in... 15, ne? Genau. Und du gehst jetzt in deine... Vierte. Vierte. Ja. So. Die vierte Runde. Der Drukari beginnt. Und der Markus hat sich noch ein bisschen bewegt. Da hinten ist er am Marker gegangen. Genau. Der ist zum Marker. Der Raubhäger hat sich zurückgezogen. Der Raider ist da vorne hin. Versuche jetzt den... Mit dem Lucky Shot den Cyber zu holen. Den sehe ich den Cyber Lion. Ich brauche den Marker unbedingt. Sonst würde ich gerne mit beiden auf den Cyber schießen. Der Helion hat sich zurückgezogen. Der kann ja nochmal angreifen. Genau. Er greift gleich den Techniker. Mal gucken ob ich das schaffe. Und... Ja. Das war es schon. Ich fahre direkt an mit dem Ravager auf den Repulsor. Ich habe keine CPs mehr. Ich treffe leider nur... Zwei Mal. Auf die vier. Die Runde beide. Ja. Gehen beide durch. Ich mache aber auch nur... Fünf... Neun Schaden. Ja, der ist doch tot. Echt? Versichert hat er nur noch neun. Boah. Der hat auch sieben gekriegt. Es sei denn, ich mache natürlich eine Sechs jetzt beim Feenaukeln. Ja gut, das machst du. Jetzt mach mir doch nicht erst Hoffnung und dann nimmst du mir die wieder. Neun sagst du? Ja. Ich nehme jetzt mal Würfel. Ja. Drei Sechser oder so. Ja. Ne? Ich habe dich noch nie so gebraucht, du Blödmann. Ich habe keine Sechs jetzt. Dann freue ich mich an Aspeliker. Pah, zwei. 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 Hat er noch zwei. Aber wie gefährlich diese blöden Lanzen sein können. Aus dem Nichts mal eben. Dann muss ich ja mit dem Schattenjäger auch da drauf schießen. Also bei Aspeliker zählen auch Killpoints. Und der ist verdammt teuer. Ich hole jeden wahrscheinlicher als den Cyborg jetzt. Ich versuche das. Das ist richtig. Ich bin Kabal of the Black Card. Das nicht. Der war gut. Der war wichtig, glaube ich. Ja. Das war es schon mit der Schussphase. Dann greift der Heliach den Techmarine an. Jawoll. Schauen wir auch an. Gut. Kommen wir gleich durchmachen. Ach, ohne noch einmal. Ja, reicht ja. Wenn ich hier nicht rüste. Ja. Die drei. Doch, gerüstet. Und jetzt kommt der Servoarm. Trifft nicht. Die Axt. Zwei Treffer. Stärke sechs. Zwei Wunden mit minus drei. Stimmt das. Hast du nichts gegeben. Du hast einen Rettungswurf. Den hast du bestanden. Machst du mehr Schaden? Ich mach zwei Schaden. Dann bin ich tot. Gut. Den habe ich ausgelöscht. Gut. Dann mache ich nur zwei Marker. Und das war es schon. Genau. Deine Aktion machst du nicht mehr. Meinen Repulsor, den kann ich gleich nochmal heilen. Richtig, richtig heftig. Jetzt kommt meine letzte Runde. Damit maximiere ich auch meine Aktion. Ja. Ich werde auf jeden Fall nochmal drei Marker halten. Und jetzt geht es darum, noch meine Ausstellungszone vielleicht freizuhalten. Bis gleich. So, die letzte Runde der Iron Hands hat begonnen. Der Repulsor wurde geheilt von Techmarine und der Maschinengeist wurde geweckt. Also er hat jetzt noch fünf Leben. Das bedeutet, als Iron Hand hat er zehn Leben und ist dann mit dem höchsten Bracket. Das ist einfach eine mächtige Angelegenheit. Der Dreadner ist nach vorne gegangen. Wird sich dann nach hinten um die Jungs da hinten kümmern. Da hinten, die Infiltratoren sind alle stehen geblieben. Die können gleich alle schießen. Und hier ist auch alles stehen geblieben. Die Aktion wird das letzte Mal ausgeführt. Habe ich damit maximiert. Und ich würde sagen, jetzt wird geschossen. Ich wähle als erstes den Executioner. Der schießt mit dem Hauptgeschütz und der schwere Onsword Gatling Cannon auf den Ravager. Ich muss eigentlich alles auf den schießen. Das ist das Problem. Ob ich jetzt den Marker oder den Marker frage, ist eigentlich egal. Und ich glaube, ich heuer jetzt auf mein Bauchgefühl. Ich schieße alles mit dem Repulsor in den Ravager. Und ich gebe dafür noch kein Stratagem aus oder so. Mache ich jetzt einfach alles auf den. Ich mache aber minus eins auf. Gut. Der schwere Laserzerstörer trifft trotzdem auf die zwei, weil er plus eins auf drei Verrufen bekommt. Also ich kriege plus zwei auf den Treffer für diese einzelne Waffe. Treffe zweimal. Stärke zehn. Eine Wunde. Warte mal. Gebe ich da meinen letzten CP aus? Ne, mache ich nicht. Eine Wunde. Retten. Habe ich. Gut. Dann... Oder nicht gut. Doch. Diese Waffe, die war früher so gut und mittlerweile ist mir die eigentlich auch selber persönlich egal, weil der so viel Dagger hat, was eigentlich viel besser ist. Dieses dicke Rohr ist nur Schmuck. Schwerer Zwillingsbolter. Alles? Ne. Doch, die Treffer auf die drei. Plus eins, minus eins. Der Technogin hat den ja plus eins auf Treffer hochgegeben. Achso. Der trifft nochmal auf die drei. Plus eins, minus eins. Alles? Auf die fünf. Eine Wunde mit minus eins für zwei. Zwei Schlangen. Dann sind wir... Haben wir noch die schwere Onsward Gatling. Die zwei gehen leider raus und die einen sind. Stärke sechs auf die vier. Zwei Wunden. Nicht so gut. Die ist? Eins. Dann eine Wunde. Dann habe ich die Icarus-Knifte. Die trifft dann am eins schlechter. Auf die vier, glaube ich. Auf die fünf. Zwei Wunden. Habe ich? Minus eins. Dann eine Lebendig. Der Sturm-Bolter kommt da auch noch ran. Aber die Fragment-Sturm habe ich jetzt gar nicht gemessen. Die kommen nirgendwo mal ran. Gut. Dann habe ich noch zwei Sturm-Bolter auf das Ding. Einen Treffer. Keine Wunde. Ja. Hat noch wie viel Leben? Ist nicht auf der Hälfte, ne? Musst du noch als Vollgelb. Bei Aspeleca Christo ja auch für angekratzte, für halb kaputte. Fahrzeuge. Hat elf Leben, hat noch sie eben. Ja. Schade. Hat der nur vier Leben weggemacht, der blöde Repulsor. Jetzt. Ja. Dann, dann der Redemptor. Der Redemptor schießt. Ja. Da muss ich mir nochmal eben kurz was ausdenken. So. Ich habe gerade nochmal gemessen. Der Redemptor ist leider 30,5 Zoll vom Ravager weg. Sonst hätte ich mit der schweren Knifte nochmal gerne auf den geschossen. Damit ich ihn auf die Hälfte bekomme. Hat jetzt nicht geklappt. Deswegen schieße ich jetzt alles auf die Barke. Barke. Ne? Was wir mal machen. Ja. Ja. Fangen wir an. Fangen wir an mit der schweren Knifte. Treffe auf die drei. Verwunde auf die vier. Fünfmal mit Mino Seins. Kaputt. Geht's hoch? Nö. Dann habe ich noch die Infiltratoren. Der volle Trupp schießt auf den Raubjäger. Leider keine sechs. Auf die fünf verwunden. Dreimal kein Mino. Lebt. Dann habe ich da noch. Dann habe ich noch die anderen zwei. Die schießen auch noch auf den. Zwei Treffer. Keine Wunde. Ja, das ist jetzt blöd. Dann muss ich in den Nahkampf gehen. Denn Schuss. Ne, ich. Genau. Ne, die haben keine Reichweite. Habe ich vorhin gemessen. Der Cybert geht natürlich in den Nahkampf. Jo. Ne, die Infiltratoren erstmal. Jo. Das kommt ran mit einer Zehn. So, und jetzt gucke ich mal Markus. Ob der Cybert überhaupt ran kann. Wir messen live. Mit einer Elf. Kommt er ran. Easy. Er wird das natürlich versuchen. Warum auch nicht. Es ist die letzte Runde. Ah, die Acht. Klapp. Kommt der CP? Ne. Wofür brauche ich den CP gleich noch? Um den Rauchvorhang anzumachen. Ja. Deswegen mache ich es nicht. Die kommen ran. Die sollten ihr schaffen. Oder gebe ich da das Stratagem aus? Irgendeins. Ich kann dich nicht besser verwunden. Das wäre jetzt das einzige, was mir einfallen würde. Was man da noch besser machen kann. Deswegen mache ich es jetzt mal nicht. Vier. Sechs. Doch, ich könnte natürlich genetisch bedingte Macht anmachen. Ich wünsche. Mach ich aber nicht. Okay. Treff dich auf die drei. So ein blöder Raubjäger mit Widerstand fünf. Das sind drei Wunden mit einem Minus eins, Markus. Schafft er. Ich bin mir sicher. Ne. Ah, ist er tot. Huuu. 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 Ja, meine Runde. Vorbei. Ne. Ich halte meine Ausstellungszone frei. Ja. Und du machst es drei Mal. Ich halte drei Marker. Und ich mache meine Aktion voll. Gut. Deine letzte, Markus. Sollen wir die eben zu Ende spielen? Ja, das geht ganz schnell. Weil du bewegst dich glaube ich gar nicht, ne? Du gehst nur mit dem Ravager auf meinen Repulsor, ne? Komplett richtig. Und da gebe ich halt Rauchvorhang aus. Kabal of the Blackheart. Da kann nichts. Da kann nichts. Da kann nichts. Geht beide durch? Ist er kaputt? Ja. Geht er hoch? So. Jetzt haben wir das eben zu Ende gespielt. Kann sein, dass die Kamera gerade ausgegangen ist. Also der Pulsor wurde noch vernichtet, was Markus noch fast vier Punkte gebracht hat. Weil der einfach so richtig teuer ist mit den Kill Points. Ja, Markus. Wie ihr seid aus, Jürgen? Ja, leider 39 zu 31 für diese blöden Space Marines. Ich weiß gar nicht, wie ich mein Glück fassen kann, Markus. Es sah, zwischendurch war es sehr ausgeglichen, ne? Aber hinten heraus haben die Iron Hands mir glaube ich wirklich den Popo gerettet. Ja. Ich habe gerade gesagt, wo er gelegen hat, die Helios haben diesen Techmarine nicht erschlagen. Ja. Dann war das Problem. Weil der hat noch einen Marker gehalten. Der hat noch den Repulsor wieder besser schießen lassen. Der hat den nochmal geheilt. Ja. Ja, das ist, die Sechsen von mir, die kamen heute zur richtigen Zeit. Ja. Sag ich mal so. Also der Repulsor hat wieder, der war wieder ganz gut, muss man sagen. Der war nicht so übermächtig, aber der hat halt, du musstest dich halt um den kümmern. Der hat alles auf sich gezogen und der hat halt, der hat eigentlich solide Vorstellungen abgeliefert, ne? Und auch wieder der Redemptor, der hat ja noch nicht mal einen Rettungswurf oder irgendwie sowas. Der ist ja auch noch amok gelaufen. Der hat Helions, der hat die Mantrax erschlagen, ne? Die Helions. Dann hat er Inkubis erschlagen. Dann hat er noch den, ähm, dann hat er Helions erschlagen. Also dieser Typ, der ist so, der ist so gut. Das ist leider wahr, ja. Der hat richtig viel weggemacht und meine 30-Punkte-Servitoren haben einfach mal wieder 5 Siegpunkte geholt, ne? Ja, hab ich leider nicht, ich hätte den, den, den Chart schaffen müssen. Den neuner Chart ist gut, den ist nicht wirklich wahrscheinlich, aber... Aber das war, da hatte ich ein bisschen Glück an der Stelle, muss ich sagen. Ja. Sonst wär's noch knapper geworden, sag ich mal, ne? Ja, sonst, Markus, schießen können Drukari immer noch gut. Wenn was durchkommt, dann tut es weh. Ja. Ne? Der, der, äh, Ravager hat auch quasi nur eine Runde richtig gebraucht, um den, äh, Repulsor wegzumachen zum Schluss. Sobald ich keine Rettung... Er hat sechs Runden gemacht, ne? Mit einer Schutzfahrt hat er immer nur einmal nicht getroffen. Sobald ich keinen Rettungswurf hab, ist, ist es heftig, ne? Ja, aber die Schattenlanzen sind einfach gut, ne? Die sind richtig gut. Ja. Ja, der, der... Ja, der, der... Ja, der, der... Ja. Das ist nix, ne? Guck mal, da kriegst du, kriegst du mehr als doppelt so viele für einen Repulsor. Hahaha. Und du hast einen Rettungswurf und kannst fliegen. Den Repulsor haben sie ja leider, äh, die Fliegefähigkeit genommen, ne? Und ich hab theoretisch sechs Attacken im Nachkampf. Ja. Mit vier Treffen, Stecke sieben. Genau. Ja, den, den Reaper, den haben wir nochmal hingestellt, so, äh, ja. Der war dat Bauernopfer heute. Den hab ich in der ersten Runde rausgenommen. War auch, glaub ich, ganz wichtig. Sonst hättest du, wenn du die erste Runde gehabt hättest, ja, das... Hättest du wahrscheinlich 39, äh, 31 gewonnen oder so. Ja, oder mehr sogar, behaupte ich. Diese W6-Lanzen, die noch dazukommen. Das kann sein, ja. Weil ich hätte dann auch keinen Rettungswurf gehabt. Ich hätte den, 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 den... Entweder stark behindert geschossen oder weggemacht. Einen von den beiden dicken Dingern, wo ich das ganze Spiel herumgeknabbert hab. Wenn ich angefangen hätte, wär dann ganz anders gelaufen. Ja, das stimmt. Ja, aber, was ein cooles Spiel, ne. Muss man so, muss man so sagen. Zwei, glaub ich, ziemlich gute Turnier, Turnierlisten. Ich finde deine Armeeliste wirklich sehr gut. Ja, für 1500, als Welliker, ja. Sie ist extrem flexibel, du hast guten Nahkampf, du hast guten Beschuss, du bist extrem mobil. Du kannst auch zum Beispiel so einsam Raubjäger mit Widerstand 5, was der hinten nerven kann. Ne, du musst das Feuer aufteilen, um die Ausstellungszone wieder freizuhalten und, und, und. Auch die Helions sind natürlich schon wirklich gut für 1500 Punkte. Du musst die halt anbringen. Hauptgegen, das fliegt ja auch in zwei Runden, aber dann wird das Spielfeld. Genau. Also eigentlich hat diese Armee alles, um tatsächlich gut mithalten zu können. Oder wirklich ein sehr gutes Spiel abliefern zu können. Ja, das war heute diesen, das hat zweimal das Quäntchen gefehlt, wenn der Repulsor dann gestorben wäre, bevor er geil wäre, wenn, wenn, wenn. Wenn der Tech Marine gestorben wäre durch den Nahkampf, dann glaube ich, hätte ich den Sieg. Der Skriptor nimmt dem Succubus drei Leben. Genau, im Nahkampf. Dafür mache ich ihn in der rauffolgenden Runde sicher weg. Ja. So was zum Beispiel. Hätte ich den gerettet mit dem Wiederholungswurf, dann wäre der Skriptor auf jeden Fall erschlagen. Ja. Ja, ey, ich sag mal so, man kann schlimmer seinen Nachmittag verbringen, als draußen bei wunderschönstem Wetter Warhammer zu spielen, oder? Das ist richtig, ja. Das erste und vielleicht bleibt es auch das einzige Freiluft-Azbelica-Spiel, was wir hier aufgenommen haben. Aber wir haben es getan. Wie waren die Ersten, Markus? Ja, jetzt Anfang des Sommers, da werden wir nochmal draußen spielen, denke ich mal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und wenn es zwischendurch zu warm wird, ja, na gut, da muss man halt mal in den Pool gehen. Da muss man halt mal in den Pool springen, richtig, ja. Ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Also, mir hat es fun gemacht. Ich hoffe, mit Ton war in Ordnung, weil wir haben jetzt auch das zweite Mal Mikros ausprobiert und die neue Kamera. Ich glaube, die Bilder sind schon ganz gut. Sorry, wenn ich da zwischendurch noch mal ein bisschen wackele. Man muss sich halt ein bisschen eingrooven. Und ich fahre jetzt nach Hause, ins Ruhrgebiet zurück und werde den Abend verbringen. Viel Spaß. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Bis zum nächsten Mal. Danke. Danke. Tschüss Markus. Ciao. Tschüss. Oder? See how Dag. Feuer.